Immer noch aus der Stadtwerkstatt, immer noch aus der Werkstatt, heute bei uns Projekt Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Die drei Fragezeichen, die sind eigentlich zu siebt oder zu viert oder zu fünft, bloß Hund, man weiß es nicht genau. Erzähl mal, was bist du denn heute? Also wir werden heute hauptsächlich, es ist echt nur in einem Londoner-Style spielen eigentlich. Und ihr spielst ja schon länger, gell? Ja, also ich spiel eigentlich schon seit ungefähr zehn Jahren fast und ja. Nicht so lange, aber... Jetzt merkt man eigentlich, wie klein ich gerade bin und ja. Danke, dass du beikommst, viel Spaß mit zuschauen und viel Spaß mit spielen. Ja, warte, danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Vielen Dank.